jo leute was geht ab ich bin wer am start und heute kommt ein shop video das habe ich glaube ich noch nie gemacht und ja ihr seht ich bin noch nicht so weit im battle pass 48 aber ich war auch ein paar tage krank und hatte mittelordentzündung habe ich zwei mal noch ein bisschen aber halt nicht immer so toll so gehen wir jetzt erstmal zum item shop also hier sehen wir erstmal nach die nacht der clown skin mit kuckuck ich wollte mir die früher mal holen ich will mir die immer noch holen habe aber keine vivax dafür denn hier die creature würde ich mir kaufen hätte ich wie works so denn es hier die experten dann ist von experte noch hack martig hacke martig so ja hat schon was ich jetzt nicht jetzt hacke kaufen dann noch papierflugzeug das würde ich mir auch schon kochen das würde ich mir kaufen aber jetzt nicht so unbedingt so denn es hier ranger mit der krabbe doch und kann denn es hier süßkram feiere ich jetzt nicht so denn es ist hier eiszapfen meine liebligen spitzhacke mit mit der sense und so ich glaube ich werde mir die kaufen dann ist hier noch lama glocke dann ist hier noch trooper auch sehr geil wird der noch windig finde ich jetzt nicht so geil also geht aber das jetzt nicht so geil ja das war der shop und falls ihr mich abonnieren wollt dann geht auf schäufern fortner drauf klickt auf abonnieren macht die glocke an und lasst auch ein like auf dieses video wenn ihr ehrenmänner sein wollt und ja wenn ihr noch mehr wenn ihr so richtig ehrenmänner sein wollt dann lasst einen kommentar und dann grüße ich euch auch und ja das war's mit dem video lassen ab unten like da schreibt einen kommentar dann werdet ihr am nächsten video gegrüßt und ja und ja schau wir heute was geht ich bin hier am start und ich wollte euch nur mal sagen was ich nur vergessen habe zu sagen im shop video dass ich heute noch ein live stream machen werde und ja abo zocken ist das ich hoffe ihr seid mal wieder dabei oder seid dabei und ja dann bis nachher also der stream startet glaube ich 16 30 17 uhr so und hört 18 uhr bis 20 ne bis 19 uhr glaube ich auch ich weiß halt noch nicht ob 18 uhr oder 19 uhr und ja ihr könnt halt mit mir zocken und